HIDERATED FASHION AUGENBRAUN Klar, zu Zeiten der französischen Revolution wollte mich der Adel schon mal ordentlich durchnudeln. In Vietnam nannte man mich nur die bunte Granate und in den Tanzlokalen des von Nazis besetzten Frankreichs war ich als Mademoiselle Haidarella die molligste Tanzmaus der ganzen Stadt bekannt. Aber so im Großen und Ganzen geht mir der ganze Schickimicki-Scheiß gepflegt am unteren Dickdarm vorbei. Gesichtsbuch sei Dank habe ich in den letzten Jahren allerdings mitbekommen, dass es scheinbar immer wieder so richtig schnieke ist, sich die Achtung fucking Augenbrauen abzurupfen. Und jetzt nur mal so zur Info, sowas haben früher eure Omis und Uromis gemacht und das auch nur um auf der Flucht vor Dinosauriern etwas aerodynamischer zu sein. Aber die Dinos sind seit über 47 Jahren ausgeschworben, es sieht also einfach nur scheiße aus. Und noch schlimmer wird es dann, wenn man sich einfach Neubrauen mit dem gottverdammten Edding zieht. Ja, auch ich verstehe, dass Abwechslung eine geile Sache ist und manchmal stelle ich mir auch vor, welche Möglichkeiten sich mir da bieten würden. Aggressiv, verwundert, verwirrt, monobraue, blitzig, herzig, David Hasselhoff und so weiter. Aber trotzdem, welcher Hirnfraß tut einem denn sowas an? Ist das irgendein außerirdischer Parasit, der einem durch die Nase bis ins Großhirn kriecht und dort dann leise die Anweisung flüstert, Achtung, Zeit zum Scheiße ausschauen. Und gerade dann, wenn ich meine, es beruhigt sich alles wieder ein wenig, die Affen sind wieder im Zoo und alles wird endlich wieder gut, sehe ich das hier. Kein Scheiß. Ich habe da nichts gephotoshoppt. Und bevor mir jetzt jemand kommt mit Das ist jetzt der neue Trend, die Cara Delverine bewahrt auch so ein bisschen die Vorreiterin und haltet ein, ihr Nasen. Die gute Cara hat recht starke, hervorgehobene Augenbrauen, das ist okay, außerdem sieht sie aus wie meine Mama. Aber die Weiber von Deutschland sucht die Superbraue, sehen aus wie fucking Michael J. Fox in fucking Teen Wolfär Gott nochmal. Das ist Chewbacca-Strandfrisur, ich meine, was kommt als nächstes? Laseraugen? Bierdeckelohren? Fucking Arschimplantate? Oh Gott, okay, ich gebe es auf. Her mit den Augenbrauen. Okay, doch ganz geil. Also ihr Pansen, das war es mit How Do You Hate It. Der Julius hat mir gesagt, ich soll jetzt auf bayerisch einfach so lange reden, wie bei was einfällt. Ich würde sagen, wenn es sehr super, den habt ihr für How Do You Hate It, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mir auch anderen Scheiße in die Kommentare, schreibt es mir gar keinen Scheiße in die Kommentare, das ist ein wenig unterhaurig, bitte schreibt es mir was in die Kommentare. Habt es Lust drauf, klickt es die anderen dreckenden Videos von mir, da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, ich weiß weiß ich, wie viel das sind, könnten auch 20 werden. Ja, jetzt geht mir dann langsam ein wenig der Saft aus, ansonsten, ich muss sagen, die Augenbrauen stimmen noch besser als Theo Weigl zu sein, in Glanzzeiten der alte Voll, weißt du. Ja, und in diesem Sinne, ja, also, also, das ist halt mir nichts mehr, also, Servus.